Hallo, hi. Es ist wieder Zeit für ein Bekanntmachungsvideo. Time again for another announcement video. Diesen Sabbat werden wir keine Live-Übertragung auf YouTube aus der Kapelle haben. There won't be a live stream on YouTube from the chapel, the Sabbath. Der Grund dafür, wir haben unseren Einschulungsgottesdienst und da sind viele Kinder im Gottesdienst und wir wurden gebeten, den Gottesdienst dann nicht zu übertragen. We have our Start-of-School-Service, where we recognize the children that go to the school for the first time. And because there are children involved in the church service, we were asked not to stream the service on YouTube. Man kann ihn hier im Ort, im Fernsehen sehen, aber auf YouTube gibt es dann erst wieder einen Gottesdienst nächste Woche. You can watch the service here in Friedensau on TV, but on YouTube you have to wait till next week. Happy Sabbath! Einen schönen Sabbat euch! Gott segnet euch! God bless you! Bis nächste Woche! See you next week! Bis nächste Woche!